wenn jetzt das ist das Kuhnrath aber Kämmerdäne nicht schon vielleicht ist er hier drin oder bin ich da schon wieder hergekommen wo er weiß noch nicht aber es bringt mir nicht viel oder eine Schatztruhe dann raus hier war Kaserne 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 wo ist hier die Kaserne er sei mit dem hier reden ich bin ein fliegender Händler Zeit mehr waren das versichere ich euch handeln Händler Lamotte liegt euch wieder zu Füßen noch hegt er ein Groll gegen euch dementsprechend unspektakulär gestalten sich auch seine Preise ah was habe ich jetzt was gekauft oh shit ah das hier ist was äh das hier ist mein Geld das hier ist mein Geld plus ein erhöhter Reflexe klar doch das müsste dann hier sein natürlich und sonst ist alles klar ich bin fertig mit Handeln bett ja was bin ich jetzt schon wieder bei ihm schwache Veredelung Schaden Stärke geringe Heilung mal 20 das brauche ich wie viele äh Preis wie viel habe ich 3 Stück 299 Buche einer das war's dann machen wir mal so äh Tagebuch Held jetzt Waffen nichts Rüstung klar Schmuck Ring ein erhöhter Reflexe perfekt jetzt habe ich erhöhter Reflexe wo ist ah ja da das ist ein erhöhter Reflexe alles klar was auch immer mir das bringt West Diverses so fortsetzen Arnold Schwarzneiger Roman Willkommen Drachentöter ich bin Roman Priester des neuen Ordens und ich suche einen erfahrenen Kämpfer suche einen erfahrenen Ulgebet wenn man hört lasst mich etwas über dieses Tal erzählen Boah was für ein Sucht dieser Drachenritter wurde getötet von wem und warum weiß ich nicht in welchem kein Handlung ich habe gerade keine Ahnung was ich machen soll aber weiß ich nicht sein Geist lebt jedoch bis zu diesen Tagen in des mittlerweile verfallenen Turm was genau so ist ich bin ich bin sehr an den einzigartigen magischen Gegenständen ja ich traue mich jedoch nicht hinein und bitte euch schau oh oh Humpel nicht so rum mann alles klar solltet ihr etwas interessantes finden lasst es mich wissen mögen euch stets die Schützen der ja irgendetwas muss ich jetzt suchen oder was ich verarschen hier der kann das sagen wenn ihr mir doch sowieso nicht ich habe mich auf das Jagen und Töten von Goblins spezialisiert perfekt wie es aussieht gibt es hier eine Menge von diesen kleinen Bastarten und nachher zahle ich für jedes Goblin Herz das ihr mir bringt ja dann guck mal was wir zu tun haben also Goblins ab schlachten und Geld bekommen das mache ich jetzt erstmal ich weiß ja in etwa wo ich den find also ich weiß es nicht verdammt das werde ich nie wieder finden egal egal wir haben ja Zeit aber jetzt mal ehrlich hat einer von euch verstanden was ich hier machen soll eigentlich ihr könnt es mir gerne in die Comments schreiben wo soll dieser komische Typ da sein der Pavel und was soll ich als Hauptquester machen ich soll Leute bequatschen das mache ich ja hier ja zu Genüge jetzt wenn man es braucht sind sie nicht da oder was ey scheiß Goblins doch boah es leckt es ein bisschen natürlich ich die Sträucher gelaufen warum müssen denn immer wir Wache stehen Tarn, Lomax, Lionel äh ich suche Paaren jetzt in meinem unbekannten Haus äh leer leer ah scheiß Fässer du was da ist was ein leichtes Holzschild klar so und was gefunden Gold und Gold das ist klar da böse Kiste wie soll ich da jetzt hochkommen mit springen komme ich da nicht ran wäre ja auch zu schön gewesen ah auf die Kisten hätte ich die mal nicht zerstört da oh shit ich hab grad oh Gott nee nein nein oh man das gibt's doch nicht dank raus hier ich kann diesen Ort nicht mehr sehen übrigens habe ich auch noch die Komplettlösung zum Spiel also wenn ich mal nicht mehr weiterkomme mache ich einen kurzen Cut und gucke wie es geht ja in den Fässern ist nichts so irgendwie hab ich grad Bock Goblins zu schlachten aber wo sind die ich kann Special Attacken machen mit den Tasten 1 und 2 aha wow Stammeskönig du mich auch oh der war gut versteckt das muss ich nicht hinlassen ja da stirb ich kann nicht ich mein Blitzdings die haben mich eingekesselt der Kier Schnellzugriff ich wollte keinen Schnellzugriff ich will mich gar nicht oh scheiße boah boah Tagebuch hält und ein Trank benutzen aber sofort was ich kann den nicht benutzen oh schick großartig ich muss ja weg ich muss ja weg behaupte mich zu verfolgen hör auf hör auf so ist gut nice nur ganze drei Gesundheitspunkte ja ja Fernkampfmaster Nummer 1 wow wow das war knapp das kann ich die Fertigkeit nicht mehr benutzen ne nein weg hier weg hier rennen lauf Forrest lauf wow da Zyla bekommen Zyla kassiert der kleine boah jetzt kann ich die Fertigkeit nicht benutzen dann muss ich mein Mana oder so ne Scheiße aufladen warum leckt das Spiel auch so ich fühle mich gar nicht gut ja ich mich auch nicht ja weg hinfort ja boah da ist ein Schatz leichter Kurzbogen dann mach ich mal so erstmal gehe ich kurz auf Optionen wenn es euch nichts ausmacht mach die Grafik vielleicht ein bisschen runter ja übernehmen fuck das ist nice